Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft MMM Multimining, ich hab schon wieder den Namen vergessen. Ja, Skyplaser ist weg. Tschüss, Skyplaser. Kurz so zwischendings, wir haben ein bisschen hier jetzt gearbeitet, also wir haben ein bisschen Kisten hier hingestellt, also ein paar Kisten haben wir hingestellt, ein paar Sachen eingefügt, also nichts Spannendes und ja. Wir sollen zwar eigentlich alles aufnehmen, aber wir mussten gerade erstmal einen Creeper ansichern, der in der Aufnahmepause passiert ist, ausgleichen, der hat unser halbes Lagerhaus abgerissen. Und dann habe ich ihm noch kurz gezeigt, wie man schnell eine Kakao-Vorm baut. Ja, und ein anderer Creeper ist noch zu unserem Linksgebiet, zu unserem Hühnchen-Teil gekommen und hat da ein bisschen was weggeschränkt, das mussten wir auch noch schnell beheben. Genau. Man sieht hier noch die letzten... Hätten wir gerne gezeigt, aber so schnell konnten wir einfach nicht aufnehmen. Ja, ganz ehrlich, Freddy steht noch so im Hühnchen-Gehir, ich glaube, dass ihr im Hühnchen-Gehir aufgehört. Ich weiß nicht, nee, oder? Geht ihr bitte weg von der Tür? Geht ihr bitte weg von der... Hallo, du Arschloch. Ich muss das Viech gleich notschlachten, ne? Man zieht dabei, ich hab nicht, man zieht dabei. Es ist weg. Naja, wir mussten jedenfalls ein paar Viecher notschlachten, aber nicht viel. Es ist nichts Wichtiges passiert. Ich hoffe, wir kriegen dafür jetzt keinen Ärger, auch wenn es mich interessiert. Ähm, und wie gesagt, wir haben hier jetzt ein bisschen... Das Lagerhaus angefangen und ja... Dann pack' ich dir was zu anbauen, weil... Das war deine Idee. Könnte ich bei Fischi beschweren. Kannst du sowieso nicht essen. Doch, kann man. Zuckoro kann man nicht so essen, oder? Karotte kann man, glaube ich, essen. Ja, Karotte, aber nicht Zuckerrohr. Der Zuckerrohr meine ich auch nicht. Aber das andere Essen... Also ich hab das Zucker zu anbauen gepackt. Oh, das ist schon wieder Nacht! Kurz mal gucken wir auch, ne? Okay, nur nett denn, Leute. Äh, lasst das immer so ordnen. Wie? Also, und den. Warte, das war versehen. Äh, Skyplay sei grad in der Skype-Config geschrieben, jemand Bock aufzunehmen. Ja, lass uns das so... Nein, hat er nicht. Also ich hab zumindest keine Nachricht gekriegt. Schreib mir mal bitte nicht mit dir. Schreib mir mal bitte nicht mit dir. Nein, ich hab kein Wohls rauszutaben. Okay. Ich würd's ja tun, aber dann stirbt's mein Spiel auch. Hast du denn eine Pflanzenscheiße, die du dabei hattest, abgerausschmissen? Ja, ähm... Flints, wo soll ich das denn packen? Flints kannst du neben den Kies packen. Super. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch ne Crab-Kiste. Ja. Oder sonstiges, wo wir dann sowas wie Ziegeln und so reinpacken können, weil... Ich weiß nicht, was ich Ziegeln einbauen sollte. Baumaterial. Naja, stimmt, aber... Oder so Leute, die einfach aus Prinzip nicht schlafen gehen wollen. Haben die jetzt geschrieben? Die haben ja nicht mal geantwortet, Alter. Ich hasse sowas. Wo bist du? Regeneriert man eigentlich Leben, wenn man schläft? Nein. Reißspiel. Ne, bei Leben weiß ich's nicht mal. Ich weiß nur, man hat keinen Hunger regeneriert. Okay, Druckplatten mag dieser Server übrigens nicht so gerne. Wieso? Ich hab grad eine gesetzt, ich wurde sofort zurück teleportiert. Aber jetzt hat's, glaub ich, geklappt. Ich arbeite nämlich immer mit Druckplatten. In jeglichen Häusern arbeite ich mit verfickten Druckplatten. Könntest du den Dreckhau wieder abbauen dann? Du kannst den abbauen, wenn du willst. Also, wenn's du dir jetzt gemerkt hast. Hier ist übrigens noch ein Stonehole. Ja, das ist wahrscheinlich meine. Ich ordne auch immer meine Sachen anders ein, als du, glaub ich. Weil ich packe immer so, wenn ich zum Beispiel Blumen und jetzt, ähm, Dengs in der... Ja, mach ich normalerweise auch. Ich hab's jetzt einfach nur reingeschmissen gehabt. Wollen wir hier drunter dann Rolle und Farben packen? Ja. Das passt ganz gut, weil... Ja, das kann ja mal. Und ich fang mal, nee, unseren Heizraum... Wir können ja hier erstmal in den Ofen hinschmeißen. Ich hab schon wieder Hunger. Ähm, haben wir irgendwas Leichtes? Ich will nicht schon wieder Hühnchen essen. Äh, ich kann dir Brot geben. Ich esse Hühnchen. Hier. Danke. Mach den Checkenburger. Okay. Jetzt hab ich volles Leben. Hä? Ich war grad hungrig, hab nichts gegessen. Bin wieder voll. Hey, du hast noch was gegessen. Ja, aber ich hab's nicht aufgegessen. Vor allen Dingen, er schreibt, um 16.28 Uhr immer Bock aufzunehmen. Und 16.29 Uhr, eine Minute später, es war wahrscheinlich immer eine Vollmüte, kommt noch ein Fragezeichen. Noch eins. Der hat schon eine Frage, ähm. Moment mal, ich mach mal noch eine Kiste. Wir werden ja wahrscheinlich noch ein bisschen, äh... Wir brauchen ja wahrscheinlich ein bisschen mehr, ähm... Cobblestone und Drecktruhen wahrscheinlich, ne? Ja, ziemlich sicher. Dann lass mal hier, ähm, Holz hinpacken. Oder Holz, wo wir dann Tropen, Holz und alles mögliche so teilen, also trennen können. Wo wir dann noch Zäune und Sticks und so einen Scheiß reinlassen. Also ich mach immer so eine Holzkiste. Was muss ich eigentlich bei den Achievements als nächstes machen? Ich hab jetzt grad einen Ofen gebaut. Dafür gibt's auch ein Achievement. Äh, Erfolge. Ja, ich muss auch grad... Ne, Moment. Ofen hab ich schon. Das Schaf steht auf der Druckplatte. Äh, hier ist ein Huhn draußen. Ich muss einen Kuchen machen. Spinnen, spinne, 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 spinne. Äh, ich muss zwei Kühe sich vermehren lassen. Ja, ich mach mir, glaub ich, noch eine Angel oder einen Bogen. Ich hab einen Bogen, wenn du einen willst. Ja, den hab ich, glaub ich, schon aufgenommen oder so. Ne, den liegt in der Küste. Äh, hast du noch einen Kot noch? Moment mal, du hast jetzt die Pflanze da hingepackt, wo wir eigentlich die Ausrüstungsgleichsteine mal hinpacken wollten. Egal, strukturieren wir das um. Sorry. Entschuldigung, ich lebe. Ja, dann mach mal da, mach mal da Pflanzen hin, hier dann Farben und da unter irgendwas anderes und hier packen wir dann die Grenze. Ja. Also ich plane, das ist ein bisschen schwer, wenn wir uns gegenseitig nicht zuhören. Ja, ein bisschen, wir hören uns nie gegenseitig zu. Ja, so gut wie. Was? Ja, so gut wie. Was? Du bist ein dummer Schnaufer. Oh, sick, lecker. Ich mach jetzt mal die Tür wieder zu. Ich hab übrigens jetzt die beiden Holzeugsherrn in den Dings gepackt. Da oben packen wir Werkzeuge. Okay, die Schere kann da rein. Wieso hast du eine Wooden Hoe in den... Da bleibt da irgendwas rein, was zu verbrennen willst. Ich will jetzt keine Wooden Hoe mehr haben. Ich hab jetzt eine Kohle hier reingesteckt, alles was ich hatte an Kohle. Ah, Sticks brauch ich noch, stimmt. Die Dingens kommt dann in den... Ja, das Server buggt manchmal mit den... Dingens. Ich pack die jetzt erstmal ins Haus. In den Ofen im Haus pack ich die... Axt... Nein, die Dingens rein. Dann pack ich das andere in die Kiste daneben. Und hier kann man... Ich hätte mir die Dynamic Map aufmachen sollen. Ich mir auch. Soll ich's kurz machen? Jetzt hat ja immer das in die Konfi geschrieben, Moment. Okay, dann melden wir jetzt ganz kurz die Aufnahme. Bis gleich. Ich beende sie doch nicht. Okay, ich aber. Bis gleich. Hallo Freunde, ich bin wieder da. Freddy. Kriegst du das hin? Was? Wo ist lag grad extrem bei mir? Was krieg ich hin? Irgendwas. Ich geh einfach nicht in die Nähe von dem Creeper. Ah, fuck, lag grad bei mir so stark, dass ich kaum was machen kann. Ich muss wieder ins Haus gehen. Bei der Hühnerfahm ist noch ein Creeper. Und eine Spinne, glaub ich. Ja, die Spinne ist bei unserem Fenster. Ich hätte grad bei mir so extrem gelaggt, dass ich nichts machen konnte. Da ist ein Creeper. Pass auf, da ist ein Creeper. Hinter, hinter, hinter ist noch noch einer. Oh, Freddy. Was? Wo ist denn hinter mir ein Creeper? Miss mich vor, da ist doch noch einer. Ne, den hab ich nicht mehr gesehen. Will ich dir helfen. Komm mit, Creeper. Komm mit in den Wald. Guck mal, guck dir die Blumen an. Die haben ihn getötet. Ich geh angeln, man sieht sich. Stopp. Warum hast du es getötet? Weil es in der freien Wildbahn war. Tiere gehören eingesperrt. Geh mir bloß nicht drauf. Dann brate ich mein Hähnchen. Okay, das ist schlecht. Kann man Brot backen? Nein. Ich ahne. Angeln ist so spannend. Vor allem, weil nie was passiert und wir haben Spinnen auf dem Haus. Vor allem, wenn man das bei Nacht macht, macht Sinn. Alter, ey. Kann man überhaupt angeln? Ja, wieso? Ich hatte seit dem Neuen, also seit ich Minecraft mir geholt hab jetzt, konnte ich kein Stück mehr angeln. Also ich hab nie einen Fisch oder irgendwas bekommen. Es gibt doch jetzt sogar neue Fische. Ja, das ist doch aber so, wenn der Fisch jetzt, also wenn der Fischhaken da runter geht, dann ist irgendwas dran, ne? Ja. Er geht nie bei mir nach unten. Du musst einfach mehr warten. Fische angeln war bei Minecraft schon immer scheiße. Ja, damals kann ich denn so ein kleines Trüppel, den ich da selber angelegt hab, das noch machen. Ich hab immer todeslange gebraucht, um hier ein bisschen Fisch zusammenzufahren. Okay, ich würd mal sagen, als nächstes Projekt bauen wir erstmal das Lagerhaus halbwegs fertig. Und dafür geh ich mal ein bisschen Bäume fällen. Wir fällen erstmal auch hier vorne Bäume, weil hier erstmal ist das Aussehen ja egal. Ganz ehrlich. Oh nein, das ist ein großer Baum. Ich hasse große Bäume zu fällen. Ne, ist kein großer Baum. Okay, sorry. Hinter mir ist gerade ein Creeper auch gegangen. Was ist kaputt gegangen? Äh, nichts Wichtiges. Ich bau die Löcher auch immer gleich wieder zu. Noch ein Creeper ab! Bin tot! Ich angle währenddessen weiter. Ich bin übrigens wieder Level 5. Ja, das ist man immer, wenn man stirbt. Man geht immer auf Level 4. Nein, man geht auf Level 0. Was? Man geht auf Level 0. Dann kann man seine XP wieder einsammeln. Aber nur bis Level 5, glaube ich. Ja. Ich bin fast Level 6 geworden. Hauptsache 2. Soll ich einen Riesenslime töten? Das ist jetzt nichts Besonderes, das weißt du, ne? Was? Riesenslime. Ihr habt hier richtig selten gefunden, Slime. Wir sind in einem, äh, in einem Morbiom. Da kommen die, andauernd. Und der ist so groß wie ich. Ja, das ist normal. Das ist normal. Das ist übrigens auch. Wie lange hast du bitte kein Minecraft mehr gespielt? Länger als 2 Minuten. Muss man nicht irgendwie mit der Hand verprügeln, die Slime, damit ihr was droppen? Nein, man muss sie mit der Hand verprügeln, damit es kein, damit es kein, damit es kein, kein, kein Schwert zieht. Sollte man mit fast ich zauberten, Alter. Wie die Kisten bei mir auch buggen. Der Server hängt. Jetzt geht's wieder. Ich hab von einem riesigen Schleim vier Slime-Balls. Ja. Ist das normal? Weiß ich nicht. Moment, jetzt können wir uns eine Leine machen. Das ist viel besser. Dann können wir jetzt endlich die Scheiß-Tiere auch irgendwo hinziehen. Weil mit dem, äh, manchmal, manchmal auch folgen sie dir und dann haben sie einfach keinen Bock. Ne. Ich rieche Schleime. Ich rieche Schleime. Ich fahre jetzt auch noch ein paar Bäume von hier hinten. Ich hab das Loch erstmal halbwegs wieder aufgefüllt. Falls ihr fragt, warum ich es nicht ganz wieder auffülle, fickt euch. Ich bekomme das zu. Jetzt können wir da wieder sortieren. Mein Inventar ist natürlich sofort wieder voll. Hast du, hast du die, denkst du das eigentlich schon getötet, die Hühner, die hier unten waren? Ja. Durchschnitt hat es zumindest. Ich weiß nicht, ob alle dort sind. Da waren, sind unten keine mehr drin. Okay. Hallo Schwein, wie geht's dir? Geht's schlecht. Ich hab Melonen dabei. Ich hab ein bisschen Fleisch dabei. Das hätt ich ganz gerne auf Tasche behalten. Ich hab ein paar Eier dabei. Alter, wie viele Eier wir einfach schon haben. Ja, und du meinst, ja, wir brauchen unbedingt Pan, damit wir viele bekommen. Alter, mit einer Farm hast du ganz schnell mal vier Kisten voll. Ja, will ich aber gar nicht. Was will ich mit der Scheiße? Habe. Das war Holz, ne? Hey, du hast ja keinen Körner mehr fällt mir auf. Das war Holz. Was? Ich hab kaum noch Körner. Ja, wirklich? Ich hätt die meisten angepflanzt oder einen Hühner gesteckt. Das können wir mit rein, das können wir mit rein. Äh, so, was machen wir jetzt? Erst Bäume fällen, würd ich sagen. Ja, mach ich ja schon die ganze Zeit. Ja, so, lasst uns jetzt erstmal so gemeinsame Ziele erstmal machen, weil ich wollte die ganze Zeit irgendwie jetzt anbauen und, aber... Dann fällt mir auf, nein, ich muss wieder erstmal die Stadt anfangen. Das ist eigentlich egal. Wollen wir die Stadt dann hier auf diese Ebene packen oder wollen wir... Freddy, ich stehe im Lagerhaus und sortiere mein Inventar. Ja, und? Haben wir jetzt eine Monster Drop Kiste? Ja, haben wir da. Aber wegen der Stadt. Wir haben jetzt die auf dieser unteren Fläche gemacht. Wollen wir dann unser Wohngebiet auf dem höheren Flächen machen oder wollen wir alles planieren? Das ist doch egal. Man kann das jetzt entscheiden. Also ich bin dafür, wir machen das einfach wie wir wollen. Ich will mein Haus auf jeden Fall nicht auf einer geraden Fläche haben. Ich will nicht eine komplett gerade Fläche haben. Das sieht scheiße aus. Wir fällen alle Bäume, Freddy. Ja, ich fälle aber nur die hübschen Bäume. Wir können die anderen zur Holzproduktion verwenden. Dann verwenden wir Oakwood einfach nur fürs Aussehen und Birken verwenden wir zum Craften und so. Wie lange nehmen wir schon auf? Weiß ich nicht. Wie viele Parts willst du eigentlich hochladen? Weiß ich nicht. Ich will immer gleichzeitig mit Titan Quest hochladen. Das sind wir... Haben wir das Let's Play schon durchgespielt, sondern wir sind erst von drittem Part am Hochladen. Na und? Wie viele willst du hochladen? Ich will doch jeden Tag mit Part hochladen. Das schaffe ich nicht. Ja, aber das geht halt Internet-mäßig nicht. Ja, das ist ein Scheiße. Falls ihr euch fragt, warum geht das mit eurem Internet nicht jeder andere Spezi kriegt das auch hin. Wir haben schlechte Leitungen. 2K-Leitungen läuft bei mir. 16K-Leitungen läuft bei mir. Ja, aber nur Dings. LTE. Du hast auch aufgebaut, dass zwei Uploads. Na ja, ganz schlimm nicht. 15. 30. Wieso lässt du da unten ein Holz in die Erde? Ja? Du hast da unten ein Holz in die Erde gelassen. Nicht gesehen. Nicht gemerkt. Du musst ja noch Thumbnail für das Dings machen, ne? Samstag muss der erste Part hochladen werden. Sonntag muss ja oben sein. Ja, wenn ich auch zeitlich gar nicht hochladen kann. Dann bist du ein Arschloch und fliegst aus dem Projekt. Dann hat er bald keine Leute mehr im Projekt. Dann hat er bald eh keine Leute mehr im Projekt. Ich werde sie wahrscheinlich an heute Nacht hochladen und den zweiten vielleicht dann während wir Fahrschule haben. Oh, Lottomi spielt Viscaria die Cleanup Details. Welches? Shadow Warrior? Nein, das mit dem Weihnachtsmann. Sender Revenge oder so. Sender Rampage. Ja, genau. Na, ich habe jetzt auch das Shadow Warrior Teil dazu gerade bekommen. Warum? Shadow Warrior. Ich habe übrigens gestern mit Jörg fast nicht mehr geredet. Also... Wieso? Weiß ich nicht, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich moderiere dann ja nicht wie normalerweise, wenn ich alleine spiele. Ich hasse es, wenn mir jemand zuhört, wenn ich Let's Play her. Ich höre dir auch zu gerade. Ja, aber wir reden miteinander. Ich labere dich die ganze Zeit irgendeine Scheiße wie im Single. Wenn ich ganz alleine bin. Ich mache das schon. Ich mache das nicht. Nicht, wenn jemand dabei ist. Ich halte dann immer voll die Fresse. Ich glaube, ich sollte öfter mal die Fresse halten. Heute übrigens ohne Effekte fällt mir gerade auf. Hm? Heute zocke ich gerade ohne Effekte. Wieso? Ach, das stimmt, ich wollte mir im Textab hergehe. Aber ich bin gerade nach Hause gekommen, hab was gegessen, dann wollte er schon aufnehmen. Ich weiß auch nicht, ob es welche für die Version gibt. Ja. Dann sonst mache ich mir halt ein eigenes. Lass uns als Fundament sozusagen, wenn man unter das Haus gucken kann, Cobblestone machen. Dass es nicht so aussieht, als ob das Haus auf Dreck steht. Okay. Dann sieht es aus, als ob das Haus ein richtiges Fundament hätte. Ich bin Gärtner, ich muss das machen. Ja, das ist hauptruflich. Ja, und nebenberuflich bin ich mit einem YouTuber. Was war das denn jetzt? Hä, nice. Wie geil. Sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus oder nicht? Egal. Man kann ja noch Dreck drumherum bauen. Ich suche mir mal einen Platz für mein Haus. Kirschchen muss übrigens noch aufnehmen, der hat immer noch nicht aufgenommen. Ja, muss ich erst mal nach Hause kommen, der ist schon. Wo zum Teufel ist der eigentlich? Oben im Osten. Oh, bei der Ossis? Jo. Doch, der ist so schön. Ist doch klar, dass das Auto kaputt geht. Ich meine, was erwartest du denn von der Ossis? Du willst übrigens kein Stückchen Ossi, das ist ja schon voll, ne? Meine Stimme ist im Arsch, ich kann jetzt nicht Ossi reden. Oh, da muss ich so komisch reden und das kann ich gerade nicht. Oh, das geht voll auf die Stimme. Nicht rennen, Jan. Ich muss mich ja dazu zwingen, nicht zu rennen, ey. Sind meine Sachen eigentlich schon kaputt? Meine Klamotten ja, sind sie. Ein Huhn, ein Huhn. Ich töte das Huhn fast. Warum? Ich habe gerade so ein Huhn mit den Eiern gespaut, da habe ich noch mal Eier geworfen. Gleich ist das Huhn fast gestorben, weil ich es noch mal getroffen habe. Hast du den Timer selber gestellt, ne? Ja, ich habe auch, glaube ich, auch stark gedrückt. Ich gucke noch mal kurz nach. Wahrscheinlich sind es jetzt noch so 20 Sekunden. Okay, ich kriege mein Handy gerade nicht entsperrt. Ein, ein Versuch noch, ein Versuch noch, ein Versuch noch. Geschafft. Äh, 31 Sekunden noch. Wo wollen wir Ziegeln hinpacken? Was? Siegel. Siegel? Äh, in eine Bausachenkiste. Mach einfach erstmal eine Kiste mit Bausachen. Äh, Bausachen, dann mach doch mal eine Kiste. Ich habe keine Kiste. Dann mach eine. Pack doch auch rot weg. Ja, warte, muss ich kurz Birkenholz noch rein? Das geht hin. Bausachen können wir eigentlich über Holz, also, da oben hinpacken. Äh. Gleich zwei oder was? Ja, jetzt klingt der Timer auch gerade. Ähm, dann hoffe ich, der Part hat euch gefallen, Freunde. Jo. Ähm, wo soll die hin, da? Hau da rein, tschüss. Ciao.